so hallo liebe liebe fans ich komme auf meinen kanal so heute bin ich hier heute unterwegs mit dem fahrrad let's go heute will ich pfadenflaschen mitbringen meine oma braucht einmal brot und zwei flassen wasser leute und ich hole mir müsli und die fahrrad flassen ab und ein oder zwei monge seine sie leute ich weiß bin ich da kreis nach romsdorf rebe ja dann gucken kein auto kommen Nein, ich habe noch eine Luz. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh.